Tor 1, Lena Pauls, Werder Bremen. Werder bekommt von Wolfsburg in der Frauenbundesliga eine mächtige Klatsche. Sarah Dorsum setzt mit diesem Strahl den Schlusspunkt zum 1 zu 5. Nun ja, passt. Ohne das Kopfchen von Lena Pauls hätte dieser schöne Schuss den Weg vom Lappenkreuz ins Tor wohl nie gefunden. Boing. Was für ein Pech für Bremens Torfrau, die zuvor so oft so gut gehalten hatte. Tor 2, Marco Schikora, FSV Zwickau. Rostocks Farona Polido ist in diesem Drittligaspiel nicht aufzuhalten. Doch, Zwickaua. Was macht Schikora da? Er spitzelt das Rund ins eigene Gehäuse. So eine fürchterlich feine Flugkurve hätte selbst Andrea Pirlo nicht hinbekommen, wenn er gewollt hätte. Welch Tango mit der Physik. Tor 3, Patrick Koronkiewicz, Viktoria Köln. Ferz Eigün Yildirim zündet den Torbogigen die Viktoria, macht aus Lukas Stellwagen einen Liegewagen. Yildirim schaut, hat das Auge und findet in der Mitte Koronkiewicz. Arrk. Statt Klärung gibt's Eiersalat im eigenen Netz. Die dritte Liga bleibt eine Liga der Rätsel und dafür lieben will sie so. 4, Uwe Hünemeier, SC Paderborn. Also Unions Lenz macht hier im Pokal alles andere als einen faulen Ackert. Ackert, kriegt das Leder wieder zugesteckt und flankt hinein in Hünemeiers grazile Grätsche. Schön stramm, streckt der Paderborner da seine Haxe hin und ungewollt wird er zum Vollstrecker. Sein Ärger war zum Glück nicht von langer Dauer. Am Ende änderte diese Kiste nichts am Paderborner Pokalerfolg gegen Berlin. 5, Luca Schnellbacher, SV Elversberg. Ein Stürmer mit ausgeprägten Torriecher antizipiert Tore einfach, selbst wenn sie am Ende Kacktore werden. Elversberg-Schnellbacher zeigt hier maximalsten Körpereinsatz in der Regionalliga Südwest gegen den Balinger SC. Gibt alles für das Tor. Rückpass zu Marvin Geng. Bang! Wie die Kugel da an die Birne prasselt. Wir haben uns erkundigt, Schnellbacher bleibt zwar kurz benommen liegen, doch verletzt sich zum Glück nicht in dieser Szene. Inzwischen kann er sogar selbst über diese kuriose Kiste lachen. Hörten wir. Ente gut, alles gut. Hallo. Kein Video mehr verpassen? Dann ihr klicken. Abo? Dann Abo.